So, wie versprochen geht's hier weiter auf der Insel Faranga in der Welt von Ryzen. Während ich hier grad aufnehme, lädt Part 1 noch hoch. Zwei Stunden hab ich schon, drei Wochen, äh, da ist, ja, drei Wochen, drei Stunden dauert's noch. In der Zeit machen wir hier weiter. Und, äh, wo genau waren wir jetzt eigentlich nochmal? Allein und verlassen. Äh, ich muss mal einfach nur... Ah ja. Ja, wir müssen jetzt, äh, den Weg da hinten lang gehen. Vorher gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Und das Spiel ist schon wieder zu laut. So. Ja, perfekt. Ja, diesen Platz hier find ich persönlich sehr schön. Man hat hier nämlich eine super Aufsicht aufs Meer, man kann sich die Berge angucken. Oder hier auf ein super Motiv. Ach, schön, schön. So, da fliehen. Was haben wir hier? Goldmünzen, Mahler, Tränke, Wichtelkappen. Sehr schön. Da können wir uns da hier denn... Nein, ich sag nichts. 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 Ich will ja nämlich nicht spoilern. Ah, schön. So, da ist ein Pilz, den nehmen wir mit. Hier ist ein Wasserfass. An Wasserfässern kann man trinken. Wunder über Wunder. Und das regeneriert HP. Und, äh, weil wir ja faul sind, trinken wir jetzt richtig viel Wasser. Drei Schlucke. So, das langt. Jetzt können wir uns auch dem Wolf dort stellen. Wow. Heiler. Hallo. Kuckuck. Wala. Also nochmal Kuckuck. So, dann wäre das erledigt. Dann haben wir hier alles. Und können uns gen Ziel bewegen. Übrigens ist der Part 1 verdammt groß. 550 Megabyte. Holy Trinity, die 15er Folge, da nimmt 40 Minuten. Die ist nicht halb so groß. Ach, siehst du, ich hab die Uhr vergessen. So, da rechnen wir jetzt gleich noch 2 Minuten drauf. Und dann passt das. Jetzt die Horizon Parts werden dann möglichkeit 10 Minuten lang. Und das mit den Flames, das es momentan noch funktioniert, finde ich super. Oh, oh. Gott. Oh, komm her, komm her, komm her, du Wurst. Come here. Blödes Federvie. Ist voll ein Pfingst. Ist das schön. Ich könnte mich jetzt stundenlang in diesem Spiel nicht vermuten, das ist echt schlimm. Druidisch hier legt, die werden auch wichtig. Ist hier noch was? Außer der Tod. Scheint nicht so. Wie gesagt, hier muss man auch echt mal in die Ecken gucken. Ist so gut beim Aufräumen zu Hause, muss man auch mal in die Ecken gucken. Und hier ist eine Ruine. Wir gehen erstmal hier lang. Ein Schild. So enden wir alle mal. See. Recht, wo er recht hat, hat er recht. So, wir legen dann den Schild mal an hier. Ach ja. Äh. So sieht übrigens das Charakter-Menü aus. Wir haben 975 Erfahrung von 1500. Wenn wir 1500 haben, steigen wir in der Höhe auf. Hier sind unsere Schutzattribute. Und hier werden, glaube ich, gerade alle gegriffen. Und dann schauen wir uns hier noch mal einer um. Wir sind gerade Stufe 1. Unsere Gilde ist der Schiffbrüche hier. Wir haben 10 Stärke, 10 Geschicklichkeit, 10 Weisheit, 40 Mana, 92 Lebensenergie. 92 Lebensenergie? Okay. Ach, wir hatten schon ein Level ab. Siehste, 10 Lernpunkte. Wir hatten ein Level ab. An das. Haben wir nicht aufgepasst. Äh, Schwertkampfstufen sind in 10 Stufen aufgeteilt. Jede Stufe kommen neue Special Skills dazu. Das gleiche gilt für Axtkampf und Stabkampf. Beim Bogen und bei der Armbrust erhöht das jeweils die Ladezeiten. Äh, verkürzt die Ladezeiten, Entschuldigung. Äh, in der Alchemie kann man je nach Stufe bessere Tränke herstellen. Beim Schmieden bessere Waffen. Beim Erzschürfen, äh, kann man Erzschürfen. Beim Tiere ausweiten kann man sowas wie Felle nehmen, Zähne nehmen, was man gerade an Werkzeug da hat. Die Siegel erlauben es einem, Ronen zu benutzen. Ronen der entsprechenden Stufe und Schriftrollen herstellen. Ja, hab ich persönlich nicht so benutzt beim Ordenskrieger. Kann aber bestimmt nutzlich sein. Liebeskunstschlösser öffnen. Die verschiedenen Schlösser der Truhen und Türen in der Welt sind in Stufen eingeteilt. Je nach Stufe, die wir hier haben, können wir die auch knacken. Mit ein bisschen Glück. Taschendiebstahl, äh, ist genau dasselbe. Je nachdem wie gut wir sind, desto einfacher ist das. Akrobatik, wenn wir dann Fallschaden, wir können weiter springen. Ich bin nicht der Meinung. Ah ne, weiter springen war nicht auf Exo, Entschuldigung. Schleichen ist klar. Magische Geschosse, das sind die drei Kristalle. Dazu später mehr, je nachdem welche Gilde wir wählen. Die müsst ihr euch ja aussuchen. Ich halte mich da raus, mir ist das egal. Ach, hier ist gar keine mehr. Na denn, können wir hier mal reingehen. Automatisch speichern, das langt hier. So, das Besondere an Risen ist, mitunter, die Vielfalt der Höhlen, wie bereits erwähnt. Und dazu gehören auch diese Caves hier, nenne ich sie mal. Und ich weiß genau, dass hier eine Falltür ist. Ach komm, wir simulieren jetzt mal ein bisschen. Ehe, aber es hat auch nichts mehr zu sehen, mhm. Auuuhh. Ihr seht jetzt wahrscheinlich gerade nicht wirklich viel. Aber jetzt gibt es auch nichts mehr zu sehen. So, Kisten. Merkwürdiger Machart. Von wem stammen sie? Hebel. Schau mal eine an. Je weiter man im Spiel fortschreitet, desto schwieriger werden die Höhlen auch. Bei einigen verzweifle ich immer noch. Also, ihr könnt euch doch ordentlich was gefasst machen. Denn dass wir das Spiel hier durchspielen, dürfte klar sein, ne? Ich brech hier nix mehr ab. So, nochmal ne Kleinigkeit schlabulieren. Brathering kommt da hin, Fleisch kommt da hin und Hähnchen da hin. So, jetzt schmeißen wir uns ein Hähnchen und ein Stück Fleisch rein hier. Das geht sogar am Laufen. Oh Gott, ist das Dusch da. Ich mach das Spiel mal ein klein wenig heller. Wirklich nur ein klein wenig. Ähm... Ja, bringt doch was. Also, von hier kommen wir. Hier müssen wir lang. Und siehe da, wir sind wieder draußen. Mehr oder weniger. Das hier war jetzt wirklich auch eine der kleinsten Ruinen mit. Das wird noch sehr interessant. Ach, ich kann runterfallen. Ach, ich kann runterfallen. Ist das ehrlich? So, hier sind noch ein paar Stachelraten. Oder eine. Je nachdem, äh... wie blöd man ist. Was sind hier denn entsprechend viele Stachelraten unterwegs? Ah... Mitze. B. Ich bin das echt nicht gewohnt bei Ryzen zu quatschen. Ich war immer so gefesselt. Höchstens saß ich hier denn mit offenem Mund oder so. Aber ansonsten hab ich hier nicht viel zugesagt. Es ist doch wirklich stimmig, oder? Meine Güte, selten so ne schöne Welt gesehen. Vogel. Auch ein tolles Fotomotiv hier. Ja, schön. So, da ist noch ein Haus. Was uns wohl erwartet. Ein Wildschwein. Ja. Chaka, chaka, chaka. Die halten schon ein bisschen mehr aus. Können sie nicht doof werden wie ein Protzer? Ui. Mensch, doch ich bin stolz auf mich. Ohne ein Kratzer. Wisst ihr was? Das hab ich noch nie gemacht. Am liebsten... Bis jetzt. ... Dann komm doch später, dazu. Das sei... ...